In was für einer Welt lebe ich? Alles ist gefakt, seh ich die Führer dieser Welt Halten uns in einem Geldkäfig Ich seh selbst täglich auf meinem Weg durchs Leben Und ich weiß, wenn ich's nicht wüsste, würde es mich gar nicht mehr selbst geben Willkommen im Schmelztegel, spürst du die Hitze nicht? Du Frosch, wirst grad gekocht, frag nächstes Jahr, ob das noch witzig ist Ich red, was richtig ist und man uns in der Liste Ich fick dir viel, es ist bekannt, doch scheißegal, wenn es berichtet wird Beispiel benahmen, einige sagen auch Tim Orsman Wir können ja mal Brzezinski fragen, denn der, der ihn supportet Teile und Herrscher, sie stapeln Scheiße zu Berge Bauen sich daraus dann ein Haus, das wir verteidigen und ehren Sollen kaufen, nicht fragen, will vertrauen und bezahlen Ja und die breite Masse tut es mir, Platz laufen der Kragen Brauch' ne Pause zum Atmen, denn es verschlägt mir die Sprache Wir sind die widerlichsten Typen, auf die wir uns heute verlassen Ja die verblendete Masse lenkt uns direkt in die Kacke Darum benutze ich heut das Mic als ne verlängerte Waffe Für das ändere ich nach Ringer, ich bin Käfer und Hassel Nämlich Spinner, was weiß ich, hab keine Zeit für den Schwachsinn Erzähl lieber ein bisschen über das fehlende Wissen Es ist wichtig zu verstehen, weil sie grad Leben vernichten Von Propaganda und da wandern, denkst du heute doch schon anders Die Truppen sind gut, das bisschen Blut ist für Moral kein Anlass Tanzende Panzer, nur für Konzerne und Bankster Tote Menschen, arme Leute, es gibt für jeden ein Kerker Es wird ernster und ernster, erst entfernt, dann auch Werktags Ein Spiel mit dem Feuer und es ernährt sich von Ärger Propaganda in Spielen, Propaganda im Spiegel Propaganda überall, ganz durcheinander berieselt Ich verlange nicht viel, ich's doch nur ein bisschen mehr Liebe Es ist schon abgefickt, gelügt durch die beschissenen Intrigen Ich darf mich fragen, was halten Sie persönlich zum Beispiel davon, was hier gerade abläuft in der Schweiz? Also jetzt speziell jetzt, Sie machen Ihren Job, das ist klar Von der Konferenz? Ja, genau Das ist Ihr Job, das ist klar Ja, klar, ich hätte es auch nicht gewahrt Und ich bin froh, wenn es keine Ausschreibungen gibt Es ist immer ein Aufgang In der Schweiz soll im Gesetz, wo ist das deklariert, dass wir Das ist im Polizeigesetz Eben, wo? Im Polizeigesetz Also das kann man nachdenken Kantonale Polizeigesetz Google Kantonspolizei Ja, ja, dass wir jetzt auf einem öffentlichen Raum irgendwo einfach gestanden sind Und kontrolliert werden, können wir jederzeit machen Ja, und das Mitnehmen auch Wir können Sie sogar wegweisen, wenn Sie an einer Örtlichkeit sind Ohne Vergehen Ohne Vergehen Wo Sie irgendeine Aktion stören Beispiel das World Economic Forum Wenn Sie da stehen und unsere Arbeit stören, können wir Sie sogar wegweisen Aber wir haben ja nicht gestört Nein, jetzt im Moment ist das noch nicht Ja, das ist eure Meinung Was heißen Sie jetzt? Die andere Seite ist eine andere Meinung Was heißen Sie jetzt? Das ist Ihre persönliche Das eine ist eine Meinung, das andere ist ein Befehl Also die gesetzliche Grundlage Die haben wir Die haben wir